Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur neunten Folge, wenn ich mich nicht irre, Battlefield 4 Kampagnen Story. Und wir machen aber direkt weiter, da ich direkt in der Aufnahmestation drin bin. Ja, wir haben letzte Folge, kamen wir nicht hier durch, sind ja mehrmals gestorben, zwei, dreimal. Deswegen würde ich sagen... Mach ich jetzt mal die kaputt, ey. Okay, so jetzt hole ich mir andere Waffen, jetzt hole ich mir meine Waffen, mal wieder. So, jetzt hole ich meine übliche, ähm, das ist ein Sturmgewehr hier, ne? Genau, meine Scar and Sonja, meine Kollegen, vielleicht haben die doch was. Eigentlich sind die Pharma's doch immer cool gewesen. Hm, Rotpunkt. Hm, ach ich nehme meine Scar and 21 wieder und hier meine Scout Elite. So, und jetzt würde ich sagen, äh, geht's, ey. So, die ersten drei haben wir ja. Treffe ich, ich... Treffe ich dreimal diesen Querpfosten da anstatt den Kopf, ey. Nein, diesmal geht man hier nur los, diesmal weiß ich die Seite, so. Oh. Weiter, 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 weiter. Ich wollte gerade sagen, wenn du den jetzt nicht abschießt So, geht doch nicht mal flott, ja Kommt da schon der nächste Das war eigentlich ein Armshot, egal Wir machen heute mal ein bisschen ohne Headshots Einfach mal, dass wir jetzt mal ein bisschen vorankommen Nee, das war auch ein Kopfschmerz So, und jetzt noch der da unten So, haben wir die zwei eigentlich auch mal Mit meiner Scout Deleted, da funktioniert es einfach Das ist einfach eine gute Waffe So, ich glaube die Leuchten Okay, jetzt hätte ich besser oben bleiben sollen So, wo zum Teufel ist der? So, wo zum Teufel ist der? Levent der Tür! Keine Angst an die Kanzke, ich schaff das! So, okay, der macht die Tür auf. Wir können ja auch hier durch die... Ach, guck mal, wie schnell er auf geht. Waffencheck, so, haben wir alles da. Waffen nachgeladen. Waffen nachgeladen. Äh, steck fest. Das lohnt sich hoffentlich. So, jetzt können wir eigentlich nur warten. Gucken wir mal den bei der Arbeit zu. Was haben wir denn hier? Granatwerfer? Nee. Neh, nehm ich mal gerade auf. Wieso meine Snipe weg? Nee, wenn ich mich richten kann... Ach, kann... Äh... Ach nee, das ist nur so ein Granatwerfer, stimmt ja. Wir setzen hier meinen Claimer hin. Hier meine Claimer hin. Oder wir werden irgendwo noch beschossen. Wer sie wohl beschossen werden. Wenn ich mich recht entsinne, kommen sie von der Seite hier. Deswegen habe ich sie hier mal... überall dahin gesetzt. Jetzt laufe ich mal ganz schnell wieder zurück. Also, Hand ausschütteln. Und darauf geht's. Jetzt kommt erstmal so ein Gatlin vom Heli. Na. Na. Was gerade! Nachladen. Da sind noch ein paar Claimers sind ja noch. Wo ist der andere? Ja klar, das MG kann dann mal locker durchsteuern, aber... So, machen wir den auch. Den nochmal... Habt ihr das gesehen? Wie die Waffe... Wuiiii... Da einfach mal durch die Gegend flog. Treffen wir den denn da nicht? So, geht doch. Das kommt ja auch keiner mehr, oder? Gegner, wo sind die Gegner zu 100m? Oh, die sind jetzt alle, oder? Okay, waren das jetzt alle, oder? Na ja, da kommt noch einer. Lass mal da runterlaufen, ja genau, deswegen, puf. Ok, das war's, das war der letzte. Ach, das war doch gar nicht übel gewesen, das war ein Kinderspiel. Das war doch ein kleines kleines Kinderspiel, Kinderspiel. Schon wieder einer, ey. Die schon wieder, diese Kleinen, diese, könnte schon wieder, diese Frauen immer. Pass auf, du bist nicht loyal, du arbeitest für Chang. Nein, Chang ist mir scheißegal. Er wollte Jinjans los, es war meine Mission, ihn zu beschützen. Ja, und was hast du ihn gebracht? Er ist schuldverdammt. Nein, ist er nicht, ey. Verdammte Kindsköpfe, wenn ihr nicht draufgehen wollt, hauen wir es ab. Wenn ich meine wahre Worte spricht, hauen wir jetzt endlich ab hier. Wir haben später los hier. Ich komm ja schon, der Squad Leader muss man wieder anpacken hier. Wrecker, ich hab was für dich. Du hast das Sichtgerät behalten? Wauw, ist das kalt. So eng als sind wir hier. Freiheit. Freiheit. Okay. Ja, ich seh schon, komm, wir müssen uns, glaub ich, immer komplett hindurch kämpfen. Das wird ja ein Spaß. Das wunderbar. Und diese kann man ja noch messern hier. Du 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 tuh잖아. Dana nana 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 Batman. So, ich glaub den, ich glaub den kriegen wir nicht mehr, weil er direkt da drauf zuläuft, genau. ja das sind ein bisschen viele ja wir müssen die brücke so was habe ich hier für ausrüstung wir haben das und das jetzt hier viel springstoff mit ich weiß noch nicht wofür aber okay oh mein gott was ich denn da das gefällt mir gar nicht was ist das aber so eine kiste okay kann man hier eine seite vorbeischleichen wir probieren es mal auf jedem wege auf wir probieren es mal leise ja klappt ja nicht gut wie soll das denn klappen das also doch wieder pure feuerkraft aber wir haben ja 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 Okay. Wie viel kommt denn jetzt noch? Treffe ich die denn nicht? Verarschen! Ich hab heute nicht... Ich bin heute irgendwie gar nicht drin. Komm den mach ich hinten, spring hier drüber und messer den. Oh hier ist aber noch eine Raketenwärfer drinne, dann nehm ich das da... Ja, vielleicht habe ich das andere Ding weggetan... Äh ne. Raketenwärfer! Guckuck! Hihihihi. Geputsch! So weiter gehts, die Aufnahmezeit sieht noch gut aus. Ja, hab ich richtig gesehen das er da war. Es ist schon wieder dieser Musikberg, hat Battlefield irgendwie, habe ich das Gefühl, öfters. So, sortieren wir weiter aus, den Sniper da oben, geht doch. Ruhig bleiben. Schieß nicht mehr drüber. Was schieß ich? Ich schieß jedes mal drüber, ey. Okay, ich muss nach hinten, ich muss weg. Ich muss weg. Alter, was ist denn heute los, ey? Was ist denn hier heute los bei mir? Jungs, das geht doch gar nicht, ey. So, da kommt die Intonation. So, geht doch. Boah. Da kommen ja Granatenwürfe noch her. So, das ist doch heute hier. Komm, steck den Scheißkopf da raus. So. So. Ah, okay. Das ist jetzt fertig, dann. Gut mal. Wo ist die Munition hier im Hause? So, wie kommt man ins Haus jetzt rein? Sollen wir schnell nachladen? Ist hier vielleicht ein Erkennungsmarkt noch drin? Wer weiß, manchmal sind hier so... ...Gegenden, wo man sie nicht erwartet. Nein, auch nicht. Okay. Okay. Den krieg ich. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. So, was ist denn falsch? Geht doch. Ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie habe ich heute... ...gar keine Hand-Augen-Koordination. Ich verschieße ständig die ganze Kugel daneben. Das lief schon mal besser. Jetzt wird die Musik schon wieder so laut. Ist auch nichts drin außer Reis. Ist nicht wahr. Unten auf der Karte orientieren, wo ein großer Punkt aufkommt. Dann kann man in die Richtung schießen. Ich glaube, die haben wieder so einen, ähm, Sampa oder so, ne? Wo ist der Bastard? Was ist denn heute mein Problem? Nichts hier aber... Heute ist echter Worm drin, ne? Ich krieg die Grieche. Ich will jetzt die Mission fertig bekommen, ey. So. Das ist doch heute wieder. So. Und so. Und so. Wo ist der letzte da? Und so. Nein. Ah, drüber geschossen. Mal ein bisschen aufräumen hier. Da hinten läuft noch einer. Ich dachte, den kann man schon wieder nicht messern. Das letzte mal hab ich auch einer abgeschossen beim Messern. Und ich hier noch. So. Jetzt haben wir doch eigentlich mal alle durch, oder? Schnell mal nachher. Ne. Ich glaub, hier oben kommt immer noch welche. Jetzt haben sie Streifen, Freunde. Das sind Kägner. Ja. Ja. Wer seinen Kopf so weit raussteigt, ist selber schuld. Erfolg freigeschaltet. Gladiator. Schön. Hm. Bin ich gespannt, was das ist. Joa. Endlich haben wir's geschafft hier. Und schöne Aussicht hier unten. Wunderschön. Da kann man doch vielleicht zufrieden sein hier. Äh. Huh. So. Sichtlich erleichtert. Obwohl ich heute, oder in der Aufnahmesession, wirklich gar nix treffe irgendwie, hab ich das Gefühl. Ständig. Opa na. Entschuldigung. Ständig verschieße ich irgendwo daneben. Das ist ja... Scheiße. Du hast gesagt, Jinji Werger ist tot. Chang wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der US-Bakery. Deine Mann? In Anführungszeichen. Ja. Unsere CIA-Taten. Wenn Chang herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen gehören wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli! Entdeckung! Okay, man kann nicht abschliessen. Mhm. Äh. Es geht nicht nahe. Nein. Wir machen einen kleinen Rutschspazier jetzt. Ich glaube, er ist tot. Ganz vage meine Vermutung. Ganz vage meine Vermutung. Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Doch du bist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Das stimmt. Der starb als freier Mann. Nicht im Gefängnis. An ner frischen Bergluft. Wir haben einen langen Weg vor. Wunsch erfüllt würde ich sagen. Na, jetzt kommt der Ladebildschirm. Ja, wie ich sehe sind wir auch schon wieder bei 24 Minuten angekommen. Dann nehmen wir noch grad die Sequenz mit. Und dann ist wieder ein Break. Dann ist schon wieder eine Folge vorbei. Dann haben wir schon bei 25 Minuten voll gleich. Ja, das geht dann mal zackig. Zackig. Hört ihr das Knarren des Schnees? Das ist so ein geiles Geräusch, finde ich. Ja, da haben wir wieder zusammen eine Mission erfolgreich durchgeschaukelt. Auch wenn wir ein paar Mal gestorben sind, aber pfff. Scheiß drauf. Zwei Tage später. So ne scheiß Kerle. Soll ich lieber fahren, Irish? Alles lese ich gerne und alles versuche ich aufzunehmen, zu bearbeiten. Oder zu verändern in dem Falle. Ja, deswegen war es das für heute. Euer Chef Koch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und deswegen... Ciao! Na?